WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Herzlich willkommen hier beim Strongman Contest in Porto. Das ist das dritte Mal, wo wir das durchführen hier bei uns. Und das erste Mal, was ein Teil ist von der Schweizer Meisterschaft. Wir werden heute 26 Athleten am Start haben aus verschiedensten Ländern. Frankreich, Deutschland, Österreich, Finnland und natürlich von der Schweiz. Und das erste Mal, so wie ich das jetzt weiss, sind so viele Athleten gekommen. Wir haben ein wenig Pech für uns mit dem Wetter. Obwohl es wunderschön ist heute, werden wir auch nicht so viele Zuschauer begeistern, in eine Markthalle hineinzukommen, bei Aussertemperaturen von 27 Grad. Aber trotzdem zeigen wir heute das Beste. Wir werden sehen, wie 100 Kilo Baumstämme, 140 Kilo Kugeln oder ganze Autos über den Platz gezogen werden. Würde mich freuen, wenn ihr den Film anschaut und vielleicht auch mal bei uns hineinschauen. Danke. Los! Los! Vier! 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 Genau. Genau. Ich glaube, es war so schön. Es war so schön. Sie treiben hier von vorne oder unten. Genau. Das ist ein absolutes Recht. Los! Vier! Komm an! Eins ist gut los. Go, 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 go! Los! Auf geht's! Ich muss sie nicht sehen. Noch fünf Sekunden. Auf, 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 auf! Jawoll! Nicht so weit, wenn wir auf. Das kostet nur Zeit. Liegst du auf der Stange ab? Ja, viel besser. Ja, das ist schon mal kurz. Gut! 15 Sekunden, gut. Rein in Ordnung. Okay! Weg da! Jetzt! Noch 20 Sekunden. Noch damit! Zwei Stück mindestens noch. Jawoll! Noch 10 Sekunden. Hop, 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 hop! Einen noch! Auf geht's! Er sieht so weit. 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 0! Und nach damit! 12 und 2. Nice! Es könnte die Führung sind. Noch 15 Sekunden. 12 Sekunden. Führung! Los! Komm, einfach mal weiter! Und eine noch, noch ein, komm! Und Zeit! Ist gut? Also du sagst, wenn es gut ist. Okay, hier noch ein Stück weiter runter. Los! Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden eine von den Paletten wegnehmen, weil einfach momentan der Widerstand so groß ist, dass wir sehr kurze Zeiten bekommen werden. 20 Sekunden durch. 25, 26, 27 Sekunden. Ready? Go! Wir haben jetzt die kleinen Athleten, da sind normalerweise die Hände auch kleiner, sehr schwer, das festzuhalten. Wir sind aber jetzt schon wieder bei 15 Sekunden bereits. 20 Sekunden durch und 21 Sekunden. Das sieht noch sehr konzentriert und sehr schön aus. Als Junge! 25. 30 Sekunden. Und jetzt kommt mal der Bestzeit her. Jetzt können wir euch mal ein bisschen unterstützen. 35, 36, Bestzeit. Oh, wow, das wird knapp. 37, ja, ganz knapp besser. 37,8. Und der steht momentan auf Platz 1, zusammen mit dem Jonny, den ich mitgebracht habe. Und das heißt, die Zeit, die jetzt kommt, die ist sehr, sehr wichtig. Es geht jetzt um Punkte für den Sieg. Ready? Go! Und jetzt hat's ernst. 5 Sekunden durch. 10 Sekunden durch. 15 durch. 20 Sekunden durch. 20 Sekunden durch. 20 Sekunden durch. 30, 31, 32, 33, 34 Sekunden. Ja, das klingt viel. Okay, Jonny meint 34 Sekunden, das klingt ganz schön lang. Go! Okay, und jetzt wird ernst. 5 Sekunden. 10 Sekunden. 15 Sekunden. Oh, das sieht echt gut aus. Und Jonny muss nach Hause laufen. 20. 23,9. 5 Sekunden. 10 Sekunden. Auf der dritten Platz, Jörg Thurmongen. Auf der dritten Platz, Jörg Thurmongen. Jörg Thurmongen.